Servus! Zunächst mal einen schönen Pfingstmontag. An diesem Pfingstmontag gibt es auch was Erfreuliches zu berichten. Es gibt aber auch ein paar Dinge zu berichten, über die man vielleicht doch ein bisschen genauer nachdenken sollte. Ja, ich habe mich hier hingesetzt und jetzt plötzlich fängt ein stärkerer Wind an aus Nordost. Ich glaube, die Windgeräusche sind zu stark. Deshalb machen wir eine kurze Unterbrechung und wechseln den Standort. Fangen wir an mit den erfreulicheren Nachrichten. Kartenpionier Schweden, so schreibt hier heise online, entdeckt die Bedeutung von Bargeld neu. Also dieses digitale Geld wird es wohl so schnell nicht geben, wie viele befürchten, obwohl es dauernd das große Thema ist. Ich zitiere mal aus diesem Artikel. Schweden schafft das Bargeld ab oder die erste bargeldlose Gesellschaft der Welt entsteht. Mit solchen Schlagzeilen machten deutsche Zeitungen vor gut zehn Jahren auf. 2013 sorgte vor allem das große schwedische Finanzinstitut Swedbank für Aufsehen, weil es auch in seiner traditionellen Filiale an der Einkaufsstraße Öster-Malmstork kein Bargeld mehr ausgeben oder ausnehmen wollte. Ja, und was tut sich da nun in diesem kartenaffinen und bargeldlosen Schweden? Nun, wir haben hier inzwischen sogar eine Kurskorrektur der Zentralbank. Auch die schwedische Zentralbank, die Rixbank, hat jetzt im großen Stil die Kehrtwende eingeläutert. Sie betont in ihrem Jahresbericht 24 die unverzichtbare Rolle von Bargeld für sichere und allgemein verfügbare Zahlungssysteme. Als großes Sicherheitsdefizit sieht die Nationalbank die Funktionsfähigkeit des digitalen Zahlungsverkehrs bei unvorhergesehenen Ergebnissen wie Stromausfällen oder auch in kritischen Situationen wie im Falle einer Cyberattacke. Ja, man höre und staune. Da werden plötzlich ein paar Problemchen ins Bewusstsein gerückt, die dann zu einer Kehrtwende führen, sogar in Schweden. Ich meine, wir in unserem Land brauchen uns da sowieso weniger Sorgen machen mit diesem Verbot von Bargeld, mit dieser Einführung von Digitalgeld. Denn wir brauchen dafür ja zuverlässigen Strom und man braucht dafür eine robuste Internetverbindung. Beides hat unser Land nicht, nicht mehr und immer weniger. Und da können wir uns doch dann auch mal, sofern wir gerne Bargeld behalten möchten, über den einen oder anderen Blackout oder auch Brownout, die über kurz oder lang kommen werden, freuen. Und wenn es die Regierung auf diesem Weg nicht schafft, dann werden noch ganz andere Möglichkeiten sich auftun. Nun, welche anderen Wege tun sich noch auf? Wir sehen hier einen Bericht und zwar sieht die New York Times die NATO kurz vor einem aktiven Kriegseintritt in der Ukraine. Also die NATO möchte nicht sanft entschlafen, ruhig sterben, nein, sie möchte mit großem Tohuwabohu untergehen. Es wird hier die New York Times ja genannt, deshalb schauen wir da auch mal rein in die New York Times. Tatsächlich, as Russia advances NATO considers sending trainers into Ukraine. Gut, also die sagen hier, Trainer werden reingeschickt. Naja gut, da kann man sich nun denken, was man möchte. Die sehen einfach, wie Russland vorwärtskommt, wie die durchmarschieren. Zwar langsamer, als man normalerweise mit diesem Wort verbindet, aber der Durchmarsch ist da und die sind letztlich nicht mehr zu stoppen. Die Ukraine verliert diesen Krieg mit Hunderttausenden von Toten, höchstbedauernswerten Toten. Und das, was dort läuft, ist ja nicht nur ein Politikum. Es geht schlicht und einfach auch um Rieseninvestitionen der großen Kapitalsammelstellen im Westen, die in der Ukraine schon investiert haben. Man spricht von 500 Milliarden und das kann man nicht so einfach aufgeben. Da muss jetzt die NATO hin und da muss bis zum letzten Europäer gekämpft werden. Wir haben hier noch eine kleine Übersetzung und das zitiere ich an der Stelle aus der New York Times direkt. Der Mangel an Männern in der Ukraine hat einen kritischen Punkt erreicht und ihre Position auf dem Schlachtfeld hat sich in den letzten Wochen erheblich verschlechtert. Da Russland seine Vorstöße beschleunigt hat, um Verzögerungen bei den Lieferungen amerikanischer Waffen auszunutzen, infolgedessen haben ukrainische Beamte ihre amerikanischen und NATO-Kollegen gebeten, dabei zu helfen, 150.000 neue Rekrutern näher an der Front auszubilden, damit sie schneller eingesetzt werden können. Ja, also da tut sich was. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert, wann die NATO offiziell drin ist und dann eben auf diese Art untergehen möchte. Wir sehen auch, dass sich noch andere Dinge tun. Wir haben hier, der Spiegel schreibt, den Tod des Kronprinzen Irans Präsident Raisi stirbt bei Helikopterabsturz. Da ist also nun dieser sogenannte Kronprinz, der Präsident Raisi, beim Helikopterabsturz gestorben. Ist bestimmt Zufall, wahrscheinlich war der Flieger, war der Helikopter nicht richtig gewartet, was auch immer. Wir sehen, dass der slowakische Ministerpräsident Vizo attackiert wurde. Es gab dieses Attentat vor ein paar Tagen. Er liegt noch immer auf der Intensivstation. Es heißt, sein Zustand wäre stabil, aber natürlich wissen wir alle, dass auf der Intensivstation noch allerhand sich ergeben kann. An der Stelle nur ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sich mit Irlmayr beschäftigen und vielleicht auch seinen Vorhersagen glauben. Irlmayr redet ja vom Tod, von der Ermordung von drei Hochgestellten aus dem Osten. Wir wissen noch nicht, was mit Vizo passiert, ob er es überlebt oder nicht. Sollte er es nicht überleben, was wir nicht hoffen, wir wünschen ihm schnelle gute Genesung, dann wäre der Fall mit dem iranischen Präsidenten Mitraizi der zweite Hochgestellte und in dem Hubschrauber saß noch der iranische Außenminister. Ich weiß nicht, ob man ihn in dem Zusammenhang auch schon als den Dritten werten könnte. Na gut, diejenigen, die jedenfalls an Irlmayr glauben und sich damit beschäftigen, denen sei empfohlen, genau darauf zu achten, was da noch passiert in den nächsten Wochen und vielleicht auch mal bei Irlmayr nachzulesen, wo die geschützten Gegenden sind. Denn vielleicht geht der Strom nicht nur aufgrund unserer unfähigen Politik aus, Wirtschaftspolitik, sondern auch aufgrund der vollkommen unfähigen Außenpolitik.